Hallo und herzlich willkommen hier, ja, zwangsweise wieder auf Twitch. Ja, wir sind wieder auf Twitch unterwegs, leider, weil YouTube gesagt hat, nee, lass mal, darfst jetzt nicht mehr streamen, weil Strike und so, ne, weißt du? Ja, gut, okay. Ja, also die nächsten drei Monate wird Twitch sein. Ist halt so, ne, ist halt Päsch. Ja, wir sind wieder zurück bei Biomutant, wie man das auf Deutsch so sagt, ne, und, ja, wir haben uns für die böse Seite entschieden und wir, ja, wir sind schon, wir wollen, wir wollen halt auch einfach alles zerstören, ne. So in etwa, äh, wird's ablaufen. Hallo Minako, mal sehen, wie viele Leute überhaupt hier auf Twitch kommen. Ich hoffe ja, dass das irgendwie angekommen ist. Ich kann ja nicht, ich kann ja nicht mal nichts mehr machen bei YouTube. Ähm, ich hoffe, dass das irgendwie so, naja, das ist halt angekommen. Das wäre halt, das wäre halt schön, dass da ein paar Leute da sind. So, was machen wir heute überhaupt? Wir gehen, naja, zur Lichtung. Und wir werden ein paar Stämme, ja, mit Gewalt erobern. So, glaube ich, wird das ablaufen. Ich kann im Moment gar nichts, äh, Livestream-technisch auf, äh, YouTube machen. Gar nichts. Da hab ich halt durch den, durch den, durch den, durch den, durch den, durch den Strike, den wir am Donnerstag bekommen haben. Und weil's halt einfach nirgendwo stand. Ähm, darf ich, äh, bis August keine mehr machen. Was, am Freitag ging's noch? Stimmt, am Freitag haben wir gelistreamt. Stimmt, am Freitag haben wir gelistreamt. Ja, weiß ich dann auch nicht. Am Freitag haben wir doch Livestream gehabt, oder nicht? Ja, da weiß ich's auch nicht. Der hat mir heute gesagt, ich darf nicht, ne? Ich darf nicht, ich darf nicht, ich darf nicht, äh, ich darf nicht mehr Livestream. Da war das vielleicht noch gar nicht so. Ich hab keine Ahnung. Frag mich nicht, er hat auf jeden Fall gesagt, ich darf nicht. Das hat er auf jeden Fall gesagt. Deswegen sind wir ja hier. Aber wie gesagt, wir laden das auch ganz normal. Ich trainiere noch. Ey, wir laden das aber auch ganz normal wieder bei YouTube hoch. Also es läuft alles auch über Aufnahme hier, also ist alles safe. So, ich geh jetzt auch einfach weiter, weil, äh, ist sowieso nix los. Im Stream. Ich würde ja gerne streamen, aber naja. So, Herstellungsmenü. Du kannst nun im Herstellungsmenü Waffen herstellen und deine Ausrüstung anpassen. Okay. Hallo, Leila. Roboter? Das sind die Outfits, in denen du verschiedene Ausrüstungskombinationen zusammen machen und speichern und so. Ach, mein Roboter. Ah, guck mal, Funktion. Taschenlampe, Gesundheit, Injektion, Gleiter, Geschütz, Stärkung. Okay, cool. Aussehen. Roboter. Okay, cool. Wir können den, wir können den auch irgendetwas geben, dass er, dass er, dass er die Kurose machen will. Herstellen können wir sowieso noch gar nichts. Wir sind noch alles sehr am Anfang. Deswegen, äh, lautschen wir einfach mal weiter. Hallo. Okay. Äh, okay. Was habt ihr da? Der Stamm hat einen Flauschkoloss gefangen. Pass bloß auf, das Viech ist kein Haustier. Das ist ein Haustier. Ess mich. Der Flauschkoloss ist los. Schafft ihr schon. Aua, der hat einen Schwanz. Der Schlingel. Klick, 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 klick. Au, okay, das war sehr dumm. Ich kann aber auch nicht gut ausweichen, muss ich sagen. Aber ich muss ja auch, warte mal, Viva kontern, so. Das nenne ich eine Fleischwunde. Aua, ja, das, was ich habe bekommen, auf jeden Fall. Schießen ist ja wirklich echt angenehmer. Sich hinten hinstellen und schießen ist wesentlich angenehmer, als im Nahkampf zu sein. Aua. Ach, halb tot ist noch, halb ganz. Ich bin schon weg. Ach, geh weg. Alter, lass deine Zunge drin, der Junge. Wir hätten uns echt für Scharfschütze entscheiden sollen. Schießen ist viel besser, als, äh, anderer Kampf. Hallo, Claire. Es war schwerer als erwartet, den Flauschkoloss zu besiegen. Es hieß, eine wahre Kämpferseele würde dem Stamm beitreten. Die Begegnung mit dir wurde bereits herbeigesehnt. Eine Gruppe von Jagni-Kriegern wartet bereits beim Vespitut-Außenposten der Myriad auf dich. Du solltest dich rasch hinbegeben, um ihnen zu helfen, den Außenposten zu stürmen. Wir werden keine Gnade zeigen. Gnade ist für die Schwachen. Der Jagni-Stamm ist nicht auf Beliebtheit aus. Nein, wir sind nicht auf Beliebtheit aus. Wir sind auf jeden Fall Level abgegangen. Vitalität, Stärke, Intelligenz brauche ich nicht. Agilität, Charisma, Glück. Ich gehe wieder auf Glück. Kritischer Treffer und so ein Kram. So, wir können Verbesserungen vornehmen, aber haben wir tatsächlich gar nicht viel vor. Und das ist Wukong. Betrunkene Ameise. Naja, wir sind ja eigentlich eher Doppel-Nahkampfwaffe deswegen. Und wir können nur zwei ab zwei Dingern. Also müssen wir uns gedulden, müssen wir nochmal Level abgehen. Heyo. Ich gehe in die Geller. Nichts ist unter Kontrollzimmer. Na toll. Torxanol war ein sogenannter Monster-Konzern. Diese Welt leidet immer noch an den massiven ökologischen Katastrophen, die er verursachte. Die von ihnen ausgelöste Apokalypse war das Ende ihrer Welt. Doch gleichzeitig war es auch ein Anfang. Von unserer, von der Welt hier, ja. Mein Medizintäschchen. Na toll. Jetzt habe ich irgendwie, jetzt habe ich Heilungsgegenstände benötige. Hurra. Müll. Jede Menge Müll. Noch mehr Müll. Okay. Alte Welt-Klonk-Faust. Du hast die Klonk-Faust gefunden. Und dieses mächtiges Werkzeug kann Wände durchbrechen. Es kann sogar als Waffe benutzt werden. Wähle es dazu im Ausrüstungsmenü aus. Du hast eine neue Waffe gefunden. Du kannst jetzt Spezialangriffe für diesen Waffentyp freischalten, um dich ins Wunkong-Menü zu begeben. Drücke das da. Eins Waffe, ja cool, ne. Aber, ja. Gut, wir können Wände durchschlagen. Ciao. Ciao. Okay, ist das jetzt immer im... Ist das jetzt komplett ausgerüstet, das Ding? Um mit der Klonk-Faust eine Wand zu durchbrechen, musst du sie erst ausrüsten. Halte dann D-D-D gedrückt und lass los. Aua. War nicht doll genug. Aua, war nicht doll genug. Jetzt aber. Jetzt muss ich sie immer... Um Waffe zu wechseln, verwende die Schnellauswahl... Achso, gut. Bisschen nervig, dass wir zwei Waffen haben. Und nicht als Waffenset. Solche Tunnel tragen manchmal die Stimmen der Vergangenheit weiter. Kannst du sie hören? Kein bisschen. Ich sehe nur irgendwelche Gammeldinger. Ha. Spezialangriff. Wenn du einen Gegner mit einem Spezialangriff triffst, füllt dies dir eines der Super-Wung-Fu-Symbole links neben deinem Charakter auf. Sind alle Symbole... So sind alle Symbole gefüllt. Kannst du den Super-Wu-Fong-Fong-Hong machen. Ich finde das doof, dass man wieder nicht anvisieren kann. Wir sind gerade im Kampf. Wenn du einen neuen Waffentyp findest... Super-Wung-Fu. Wir haben ja auch noch Fähigkeiten. Stimmt. Haben wir ja auch noch. Natürlich hat er gesessen. Warte so. Ich muss mich echt noch an alles wieder gewöhnen. Mitten ins Gesicht. Ist auch tot. Echt scharf. Ich muss mich noch ein bisschen konzentrieren dabei. Drei Bio-Punkte. Damit können wir wieder unsere biometrischen Bio-Dinger aufbion. Warte. Damit könnten wir... Mutation machen. Sieg-Kräfte. Brand. Achso, Talente. Widerstand könnten wir verbessern. Anti-Hitze. Ja, könnte man eigentlich mal reinbringen, oder? Anti-Hitze. Anti-Dings-Star. Anti-Dunks-Star. So. Dann sind wir ein bisschen widerstands, ne? Dann sind wir ein bisschen widerstandsfähiger. Ich habe ehrlich gesagt gerade keine Ahnung, von wo ich gekommen bin. Aber ich glaube, aus dem großen Loch da. Und hier wieder durch irgendwelche Wände prügeln, oder? Ne. Hallo. Wir müssen scheinbar nach da an. Also gehe ich nach da an. Müll! Äh, ist, äh, Dings gefunden. Zeugs. Ein frischer Morgen. Such dir was zum Frühstücken. Was? Frühstück? Frühstück? Ist hier Frühstück drin? Oh Gott, ich will Sesambrötchen. Frühstück! Schrottgestell. Naja, ist kein Frühstück, aber naja. Frühstück! Das Eimer Müll habe ich unten vergessen. Ja. Ein Rucksack. Naja, das ist ja schon mal... Das ist ja schon mal was. Warum gibt es hier so viel Müll? Natürlich komme ich da nicht durch, weißt du, weil ich kein Ticket habe. So, einmal Müll habe ich hier vergessen. Das ist kein Müll. Ich sehe keinen Müll. Egal. Ich sehe keinen Müll. Das ist irrelevant. Huch, da wollte ich jetzt gar nicht lang. Aber ich glaube, da müssen wir jetzt so oder so lang. Ich glaube, alles andere haben wir jetzt schon gemacht. Nee, da oben waren wir noch nicht. Alte Weltwissen. Okay. Okay. Diese Tafel, sie ist übersät mit den alten Spuren vergangener Wünsche. Du näherst dich einer der alten Ziegelstädte von Toxanol. Pass gut auf. Die Toxanol Corporation hat diesen Ort errichtet. Als er ihnen nicht mehr von Nutzen war, gab sie ihn auf. Klingt nach einer volle Verschwendung, Alter. Toxanol scherte sich nie um den Abfall, solange sie nicht für die Beseitigung zahlen mussten. Irgendwo in dieser Ziegelstadt muss sich eine Spur befinden. Hoffentlich ist sie nicht verschüttet. Nebenquests abgeschlossen. Der Roboter hat... Und redet unser Roboter mit uns? Äh, Frühstück? Ach, Klebstoffflasche. Naja, aber zum Schnüffeln wenigstens. Ne, warte. Keine Ahnung, ich glaube nicht, dass das was macht. Wir können auch einfach durch diese Tür gehen, dann wären wir natürlich auch da drüben, aber... Als andere wäre ja... ...schwierig. Es ist nicht mehr viel übrig von dem, was diese Welt ausmacht. Ich habe mich verlaufen. Dieses Fleckchen Erde wird Ziegelstadt genannt. Öffne die Karte, um die Gebietsziele erneut zu sehen. Okay. Will ich aber gerade nicht. Eine Wollmütze. Cool. Glaube ich. Alte Welt... Äh... Wissen. Tafeln gefunden. Mehr nicht. Ich weiß schon echt nicht mehr, ob ich richtig bin oder falsch bin. Ehrlich. Ich glaube, ich gehe nochmal wieder runter. Ich glaube, wir sind jetzt aus Versehen doch richtig gelaufen. Da ist noch eine Tür. Warte mal. Ein Spülhocker aus der Damalszeit. Ein Spülhocker. Das ist ein Apparat, der Gelbsaft und Braunzeug versenkt. Probier die Fortbürste aus. Vielleicht kannst du damit den Restmist wegschrubben. Sieht so aus, als müsstest du die Rohre des Spülhockers richtig entdrehen, um den Spülhocker leeren zu können. Nur noch ein paar Versuche. Ich habe schon gleich keine Versuche mehr. Ich muss nichts falsch. Glück gehabt. Das ist genau die Art von Ärger, die du hinwegwaschen möchtest. Entenhelm. Ich will keinen Entenhelm tragen. Scheiße, ausrüsten. Wahnsinn. Wir tragen einen Entenhelm. Der anbrechende Tag erhält dein Leben. Hallo, Poipolop. Na toll, wir haben jetzt einen Helm aus dem Klo auf den Kopf gezogen. Schön. Glaub ich. Warte mal, jetzt gehe ich nochmal wieder ganz da runter. Oh Gott, oh Gott. Warte mal, so war renn. Ach nee, Quark, Quark. Quark, Quark. Ist auch eine Tafel. Warte nicht. Okay, ich glaube, es ist egal, wo wir rausgehen. Wir haben einfach nur jede Menge zu erkunden gerade. Das ist ein großes Energie-Pack. Ich brauche keine Energie. Ich bin energiegeladen. Okay, wir müssen nach da an irgendwo. Erstmal durchwühlen wir natürlich den, ne? Was, der Helm sieht süß aus. Naja, geht. Wir sind halt... Wir haben halt einen Entenhelm auf. Okay, wir müssen da nach unten irgendwie. Er ist noch ein bisschen weg. Ach, vorher gucken wir uns noch mal ein bisschen in der Ziegelstadt um. Kleines Ding. Was man alles so im Kühlschrank findet. Hallo. Ist aber auch nichts. Ist keiner da, der mit mir reden will. Nichts als eine Reihe von Ereignissen. Hätte nie gedacht, noch mal einen Kleidernässer aus der vergangenen Zeit zu sehen. Es ist ein Sauberreiniger von Ungewaschenem, die reinliche Art, Kleidung zu entflecken. Du musst die Räder aufeinander abstimmen, damit der Kleidernässer drauf losdreht. Nur noch ein paar Versuche. Mach bloß nichts falsch. Ich hab den Kleidernässer repariert. Du hast den Dreh raus. Oh ja. Eine Nüsse. Sieht aus wie ein Flammenwerfer. Wenn ich das mal so sagen darf, sieht es aus wie ein Flammenwerfer. Ein Gesundheitspack. Wir sind einfach der Waschmaschinen-Profi. Wir kennen uns einfach mit Waschmaschinen aus. Da ist noch eine Mülltonne. Da ist bestimmt wieder was drin. Eine Hose. Gepolsterter Rock. Ich weiß nicht, ob ich eine Ente sein will und einen Rock tragen will. Ich weiß es nicht. Okay, da kommen wir irgendwie wieder raus. Ich will aber nicht aus der Ziegelstadt raus. Cool. Glaub ich. Weiß ich nicht. Cool. 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 Ich bin jetzt schon einmal um den Kreis gelaufen. Die Ziegelstadt sieht überall gleich aus. Es sind überall nur Ziegel und, naja, Stadtdinger. So ein Stacheldings da. Griff. Du musst den Tag nutzen. Es wird Zeit, loszulegen. Quatsch mich nicht voll, da. Richtig. Ich muss immer mal die Wand klettern, ey. Nichts kann unser Charakter. Nichts. Ich bin hier aber auch echt verlaufe, hier in diesen Schuppen. Hallo? Du hast die Spur gefunden. Erstaunlich, dass sie erhalten geblieben ist. Was ist denn eine Spur? Hier wurde so vieles aufgegeben. Zum Glück ist die Spur noch ganz. War es hier jemals schön? Nein. Schön war es hier nie. Einst war es neu. Doch das ist bei weitem nicht das Gleiche. Das Neue bleibt nie lange neu. Die Spur führt von Ziegelstadt weiter. Du solltest ihr folgen. Ich habe aus Versehen die Spur gefunden. Wir sehen so doof aus mit den Händenhelmen. Ich gehe wieder im Bissern auf Glück. Manöver. Super Wukong Wong. Alte Welt Klonk Faust. Wir können jetzt das hier machen. Ja, kriegen wir bestimmt auch hin. Mein Gott, haben wir es jetzt. Wir haben gar keine Psi-Punkte. Naja, wir sind auf jeden Fall Level ab. Weil wir irgendwas aus Versehen gefunden haben. Mal eins. Rohrzange. Kleines Ding. Ding. Wenn der Funken-Bruzzler funktionieren soll, müssen die Schalter aufeinander abgestimmt sein. Der Funken-Bruzzler da. Nenn wir da rüber auf den anderen. Hallo. Darf ich mal? Danke. Nur noch ein paar Versuche. Naja, ich mache schon. Der gute alte Funken-Bruzzler. Jupp. Die Funken sind gebrutzelt. Genau so funktioniert der Funken-Bruzzler. Ding. Und fertig. Das ist ja noch viel Gruseliger. Das ist zwar nicht genau, was du wolltest, aber dafür ging es schnell. Seltenheit legendär. Oh, das ist selten. Adrenalinspritze. Schaden 240. Was wird er alles bekommen? Kein Plan. Die Funken-Bruzzler. Katana. Peng-Peng. Peng-Peng. Eine Geschichte muss immer weitergehen. Ja, deswegen mache ich auch hier jetzt hier rein. Natürlich Strapsenhose. Gibt es jede Menge Zeugs zu holen. Ein Rohr. Ein Buh-Rohr. Und eine Maske. Fox-Mox. Oh Gott, oh Gott. Was kriegen wir denn für komisches Zeug? Bereich abgeschlossen. Ist das gut? Gebietsziele. Überragende Beute. Alte Weltgeräte. Quest verfolgen. Wegpunkt platzieren. Ah. Irgendwo da auch proben. Dann haben wir jetzt ja rein theoretisch alles da Wichtiges gemacht. Wichtiges gesammelt. Weil wenn er sagt, das Gebiet ist abgeschlossen, ist das Gebiet abgeschlossen. Dann halte ich mich da auch nicht länger drauf auf. Tafel. Man ist darauf gefahren? Auf den Gleisen fuhren damals Tuk-Tuks voll mit Zweibeinern, wie Gubbus in der Büchse. Du bist auf dem richtigen Weg. Halt die Augen offen. Die Tuk-Tuks. Hier lernt man was fürs Leben. Tuk-Tuks und Brutzler und Wischi-Waschi-Maschine und ich habe schon wieder eins vergessen, wie es heißt. Entzündendes Modul. Flammenschaden. Gehe ich mal von raus. Oh, da ist einer. Hallo. Freunde. Hehehe. Hey, schubst du mich nicht? Ja, okay. Warum sind denn das hier eigentlich so viele? Haben wir uns übernommen? Das sind irgendwie sehr viele. Wenn ich das mal so sagen kann. Hallo. Ich versuche gerade den Ausgang zu finden da. Okay, ein paar haben wir uns schon wieder ignoriert. Können wir das hier machen? Der Ramp-Block, der Bockler. Hey, pass mal auf deinen Kumpel auf, ja? Der hat mal ein bisschen schneller lag. Einfach wie ein Irrer drauf rumschießen. Ich sehe nichts. Schlitzohr. Hey. Der ist natürlich dort Gammel gegangen. Sehr gut. Lass den Tag nicht ungenutzt verstreicht. Hey, ungenutzt. Das ist doch, was ich hier gerade mache für stylische Zeug. Hallo, würdest du mich bitte beachten? Es tut weh, wenn du mich nicht beachtest, ehrlich. Lass mich einfach angreifen, weil ich so tanky bin. Ja, ich weiß. Warum tut denen das nicht weh? Hä? Okay, wir können also random... Das gibt eine Narbe. Er kann also random einfach treffen, obwohl er gar nicht in die eine Richtung schießt. Cool. Du hängst in den Seilen. Ja, weil... Das ausweichen hier, dieses Spiel tatsächlich nicht so funktioniert. Schlitz. Hä, jetzt hat er sich... Hä, weil ich aus dem Gebiet gegangen bin, oder was? Okay, das sollte man vielleicht mal ein bisschen überarbeiten. Dann würde ich aber mal ein Patch drüber laufen lassen. Schach verstahlen. Wenn wir aus dem Gebiet gegangen sind, dann hat er sich wieder geheilt. Cool. Stämme sind ständig auf der Jagd nach verwertbarem Schrott. Und auf dem Hof gibt es viel davon. Aber sie hätten beim Plündern bleiben sollen, anstatt mit Raketen zu spielen. Überall Kugeln. So. So, jetzt kriege ich hier wenigstens ein bisschen Zeugs. Ja, das ist ja doof, dass sobald du dann einen Schritt zu weit gegangen bist, heilt er sich wieder komplett und geht zurück, oder was? Du bist komplett erschöpft. Achso. Du bist gar... Du bist... Du bist ein netter Kerl. Sag das doch, dass du ein netter Kerl bist. Da wird eigentlich gerechnet. Scheinbar ist er nett. Ich weiß nicht warum, aber scheinbar ist er nett. Was? Kutani hat keinen Twitch-Account. Warum nicht? Ich gehe pinkeln. Hallo, Kutani. Kutani ist mit dem Durchtmalsehen. Brich die Tür auf. Hau die mal. Nein, ich will die nicht hauen. Entweder explodieren die dann, oder... Die sind nett. Ich will keine netten Leute hauen. Entschärfe die Rakete. Wah. Heißt das? Kann ich... Die Frage ist... Knallt das irgendwann? Meinsch? Wird das weniger? Wird das weniger? Der ändert sich ja aber nichts, oder? Ähm. Ähm. Ich dachte, ich soll dich entschärfen. Entschärft man so Raketen? Das ist wirklich alles. Auf. Auf und davon. Und jetzt bitte wieder landen. Ja. Hast du gesehen? Wow. Was für eine Landung. Wenn da mal nicht alle Feuer und Flamme waren. Toller Spruch. Voll der Minako-Spruch rausgelassen, ey. Bring das hoch runter zum Laufen. Ich vermute mal, die meinen damit einen Fahrstuhl. Aber gut, der Entenhelm hat uns natürlich auch echt gesaved. Kannst du sagen, was du willst? Der Entenhelm hat's getan. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt gerade hier... Wo wir auf dem Weg sind. Was ist das? Gammel anfassen. Ich will Gammel anfassen. Biolob-Behälter. Du hast einen biokontaminierten Behälter gefunden. Samle die Biolobs und benutze sie, um Mutationen in den Menüs freizuschalten. Darf ich den jetzt anfassen? Ich darf den anfassen. Es fängt an zu regnen. Oh. In deinen Träumen vielleicht, ja. Warum sagst du mir das überhaupt? Was geht denn? Oh Quatsch. Wo bin ich jetzt hier eigentlich? Was ist eigentlich meine Aufgabe? Was ist eigentlich meine Aufgabe? Was ist eine Nebenhauptaufgabe? Eine... Hä? Ein Wunder, dass einige dieser Hochrunters überhaupt noch funktionieren. Früher wusste man wohl, wie man Sachen baut. Hä? Hauptaufgabe abgeschlossen. Trucker hoch. Äh, Tucker hoch. Nicht Trucker. Oh, ein Battle. Bild. Das ausgebrannte Nuklearmaterial, das Toxanol im Nass versenkte, schädigte das Meeresleben. Während die überquellenden Mülldeponien das Grundwasser verseuchten. Zusammen führte das zum rasenden, unausweichlichen Untergang ihrer Welt. Tod. Ganz einfach. Tod. Was zum Teufel. Achso, das ist mein Kumpel Blase. Ich muss meinen Wondo wieder auffrischen. Aber er glaubt wohl, dass du den großen Knall beim Hof verursacht hast. Nein. Oh, und er sagt, dass er dich kennt. Du hast ihn früher Gizmo genannt. Er hat dich beim Wiederaufarbeiten gelehrt, dir die Hände dreckig zu machen. Ja, komm. Gizmo weiß noch, was für ein braves Kindling du warst. Er kann die Wärme deines Herzens immer noch spüren. Doch Gizmo sagt, dass jeder Erinnerungen anders erlebt. Man kennt die Geschichte, doch die Wahrheit dahinter hat für jeden eine andere Bedeutung. Ich erinnere mich auch an dich. Erzähl mir vorhin Lupa Lupin. Ich erinnere mich auch an dich. Er hofft, du erinnerst dich, wie er dir einmal die Wiederaufarbeitung beigebracht hat. Hoffentlich hat es dir während all der Jahre genützt. Gizmo sagt, er erinnert sich an die vergangenen Zeit. Doch anders als du denkt er nicht an sie, weil sie vorbei ist. Er versteht, dass Lupa Lupin ein wichtiger Teil deiner Vergangenheit, deiner Gegenwart und bald auch deiner Zukunft ist. Er glaubt immer noch an das Gute in allen Wesen. Du trägst noch die Hoffnung auf ein Morgen in dir. Er sagt, was dir bestimmt sei, wird auf die ein oder andere Weise geschehen. Doch du solltest dich nicht von der Vergangenheit verzehren lassen. Ich will Rache. Gizmo versteht deine heftigen Gefühle. Doch er ermahnt dich, sie unter Kontrolle zu halten. Du hast selbst erlebt, wozu das führen kann. Ja, so ist's recht. Keine Einwände. Das Dunkle ist, was ich will. Manchmal ist dein Bauchgefühl völlig daneben. Zweifle nie an dir selbst. Du bist die Nummer eins. Selbst das Dunkel weiß, dass du das besser kannst. Halte zu mir. Wir werden die Welt beherrschen. Würde gerne wissen, ob du je an den Entscheidungen zweifelst, die dich auf deinem Weg bis hierher gebracht haben. Wärst du glücklicher, wenn du einen anderen Pfad eingeschlagen hättest? Ich bereue nichts. Okay, ich bereue eigentlich alles, aber ich bereue nichts. Ich bin nicht. Schätzt, dann bist du entweder eine Ausnahme oder gut im Lügen. Oder vielleicht beides. Es ist traurig, dass mit dem Baum des Lebens alles sterben wird. Doch das war zu erwarten. Versteht, warum du der Welt unbedingt den Rest geben willst. Ein schnelles Ende ist wohl gnädiger. Fragt sich, ob du gerne mit den Yagni zusammengearbeitet hast. Sie hocken immer in ihren Stuben und versammeln ihre Besitztümer um sich. Sie mögen glänzende Dinge. Dinge sind wichtig. Doch das Leben ist wichtiger. Quatsch. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Gizmo meint, es habe lange gedauert, bis die Vergangenheit die Gegenwart einholen konnte. Was du jetzt tust, liegt bei dir. Du solltest die Vergangenheit fürs Erste ruhen lassen. Alter, sind die Dialoge langatmig, ey. Er kann den Unterhof nicht verlassen, da er gegen das Vakuum in der Todeszone nicht geschützt ist. Du solltest also nach Schrott suchen, um den Megton wieder aufarbeiten zu können. Fang bei der alten Kiste draußen an. Du solltest zurückkehren, sobald du den Schrott gefunden hast. Ihr solltet so schnell wie möglich dafür sorgen, den Megton gegen den Jumburg-Knoll kampfbereit zu machen. Was ist die Todeszone? Sie gehört zu der Gegend, in der die Apokalypse am stärksten wütete. Dort gibt es keinen Sauerstoff. Nur Kreaturen, die durch die Kontamination extrem verändert wurden, können dort leben. Fertig? Oh, cool. Oh, also das ist echt... Das ist echt störend an diesem Spiel. Diese unsagbar langatmigen Dialoge. Oh, das ist wirklich... Wirklich schwer. Das ist schwer, da mitzumachen. Hey, mach auf. Also, und dann... In dieser Zone kann man kaum atmen und der Tod lauert überall. Pass auf, wer halb so viel... Wer halb so viel atmet, lebt auch nur halb so viel. Du hast eine Gefahrenzone entdeckt. Das sind große Gebiete, die von tödlichen Gefahren bedeckt sind. Diese Umweltgefahren kannst du nur für eine begrenzte Zeit standhalten, bevor sie dich umbringen. Aber sei... Also, sei vorsichtig. Es gibt verschiedene Arten von Gefahren. Biokontaminierte, kryogene, entzündliche, radioaktive und sauerstofflose Todeszonen. Deine Ausrüstung und der Widerstand, die du während der Charaktererstellung gewährt hast... Ja, das Übliche. Da bin ich ja mal gespannt, ob ich das überlebe. Hier ist die Luft zu dünn. Ja, ich glaube nicht, dass wir das überleben. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber... Naja, aber man hat ja mal geguckt, ne? Man hat ja mal geguckt. Gott sei Dank speichert er immer gleich. Ja, ich gehe ja schon wieder atmen. Ich gehe doch schon wieder atmen. Das schaffen wir aber nicht. Finde einen Weg in die Ruin. Ja, das packen wir eh nicht. Das packen wir eh nicht da durch. Okay, dann machen wir jetzt was. Okay, jetzt muss ich ja mal selbst erst mal gucken. Wir haben einen Haufen Nebenaufgaben. Funkenbrutzler gelöst. Die Tafeln. Spülhocker. Kleidernässer. Folge dem Pfad. Ich weiß nicht, was für Pfad. Justiere die Signalschlüssel, um den Sauerstoffanzug zu finden. Oh, warte mal auf Karte. Ist das aber in der hintersten, hintersten, hintersten Ecke, wa? Oh Gott, das ist aber Steuerung. Steuerung. Oh Gott, oh Gott. Lass mich... So, ich folge jetzt einfach mal diesen... ...den Weg. Ich... Wie komme ich hier raus? Das ist jetzt mein Fahrstuhl da oben? Muss ich hier hin? Knop... Da. Meine Güte, wer hat den Fahrstuhl hochgefahren? Wer hat den Fahrstuhl hochgefahren? Ja, aber Folge dem Pfad ist noch hier in der Nähe. Und ich glaube nicht, dass wir weiter auf... ...wir machen wir jetzt, glaube ich, erstmal die nächsten drei Monate keinen Livestream leider. Ja, weil im Endeffekt ist auf Twitch einfach nichts los, das lohnt sich nicht. Das hat sich damals schon nicht gelohnt, scheint sich jetzt auch wieder nicht zu lohnen. Deswegen denke ich mal, dass wir Freitag... Ja, wir gucken am Freitag nochmal Story of Season und wenn das auch wieder nur mit drei Leuten da ist, dann machen wir erstmal keine Livestreams mehr. Dann müssen wir erstmal darauf verzichten, weil das lohnt sich nicht. Das lohnt sich so für mich nicht. So, den Fahrrad. Sieh dir das an, wenn das kein Tuckerhof ist. Wenn du den Gleisen hier folgst, findest du allerlei kleine, verstreute Schätze. Ja, und von wem sind die... Was glaubst du denn? Das waren schon viele vor dir hier. Bei dieser Spur hast du deine Spürnase bewiesen. Durch sie kannst du viel über die Welt lernen. Halte Ausschau nach ihnen. Justiere den Signalschlüssel. Das ist aber 4000 Kilometer entfernt. Also rein theoretisch. Kleidern, ja, diese Dinger da. Lohnt sich nicht, da brauchen wir nicht. So, finde Gizmo, brauchen wir jetzt nicht. Der Stammeskrieg beginnt. Besiege den Weltenfresser. Ja gut, eigentlich müssen wir das hier machen. Den Stammeskrieg weiter. So, irgendwo da rund... Ah! Es gibt keinen Fallschaden. Siehst du? Wir sind eine Katze. Was ist ein Zweitaccount? Naja, ein Zweitaccount bringt uns halt auch nicht weiter, ne? Ich meine, es ist ja überall Bescheid gesagt und die, die eigentlich Livestreams gucken und hier dann nicht herkommen, die haben dann... Die möchten das halt nicht irgendwas anderes anklicken. Weiß ich nicht. Es ist ja auf YouTube Bescheid gesagt. Sie müssten ja rein theoretisch nur auf den Link klicken. Naja, die brauchen ja keinen Twitch-Account. Einfach mal auf die Fresse geflogen. Ähm... Die brauchen ja keinen Account dafür. Keine Ahnung, warum wir jetzt... Tuchfühlung. Hat er gerade gekotzt? Tschüss. Come in here. Ja, und da finde ich einen Grund in die Richtung. Woraus? Aus dem Plumps? Und der agieren kann... Oh, da ist ja jemand drin. Dieser hier scheint angesichts der Tatsache, dem Tod überlassen worden zu sein, dennoch gute Laune zu haben. Hat gehört, dass du nur auf deinen persönlichen Kodex hörst und ist besorgt, dass du keine Achtung mehr für das Leben aufbringst. Leicht. Bittet dich, um deines Gewissens willen richtig zu handeln. In dir tobt ein innerer Konflikt und du bist verantwortlich für deine eigenen Taten. Du hast dein Schicksal. Lass mich helfen. Du hast dein Schicksal gewählt. Gebe ich dir eine da. Zack. Ich bin die Kampfente. Auf meiner Seite. Los, Dunkeln, los! Das scheint recht eindeutig. Der Instinkt kann manchmal furchtbar sein. Richtig ist immer das, was Spaß macht. Höre das nächste Mal auf dein reines Herz. Im Dunkeln ist gut munkeln. Wir haben ihn erst befreit und danach haben wir ihn auf die Fresse gegeben. Cool. Dinge, die wir können. Dinge, die wir können. Erst Leute befreien, sie in Sicherheit wiegen und dann einen reinhauen. Buttermilch. Ich weiß gar nicht, wann wir die einsetzen können, ehrlich gesagt. So, wir haben einen Mutationspunkt. Da möchte ich nochmal Widerstand wieder verbessern. Und zwar das Giftding. Sehr gut. Und Psi-Punkte, warte. Dunkel 7, Hell 2. Warum haben wir 2 Hell? Kriegt der nochmal Psi-Punkte her? Wo kriegt der nochmal Psi-Punkte her? Ach ja, Psi-Kräfte vielleicht. Haha. Wer ist mit das? Okay, gut. Da haben wir aber noch nicht wirklich irgendwas. Wir sind ja auch kein Psi-Mann. Wir sind ja auch eigentlich eher der Nicht-Psi-Mann. Meins. Ja, wieder irgendeine Mütze. Gut, das können wir nachher alles auseinandernehmen. Aber hier haben wir den Bereich ja jetzt ja auch abgeschlossen, indem wir den Typen auf die Fresse geschlagen haben. Wichtig. Es gibt Dinge, die sind sehr wichtig im Spiel. Ich komm schon, helfen! Ich weiß nicht, welcher von denen. Ich glaub, der da. Ne, doch der. Ich weiß nicht, wen ich hier angreifen soll. Schön aufgeschnitten. Ouchie. Hack, hack. Aua, aber der kommt einfach an und tritt mich, weißt du. Huch, falsche Taste. Wollte ich das hier machen. Ha! Wessling! Ich kann das noch nicht so gut mit blocken. Pass lieber auf. Fein gewürfelt. Ich helfe euch, meine Freunde. Geholfen? So, ich will aber erst gucken, ob die noch irgendwas gedroppt haben. Ich fühle das furchtbar, dass man es nicht anvisieren kann. Dass er jetzt in die Richtung läuft. Aber die haben auch nichts gedroppt. Nichts. Wir gehen mal Level ab. Mehr Muckis für dich. Oh ja, mehr Muckis. Voll ins schwarze. Sterben die da unten? Oh, ne. Blitz schnell. Du bist schlimm verletzt. Gehen kotzen. Deswegen bin ich nicht schlimm verletzt. Ich bin super drauf. Oh, guck mal, der ist abgesoffen. Süß. Also, ins Wasser schubsen lohnt sich. Den Gegenstand kann ich da aber nicht holen. Der Gegenstand ist aber sowas von Lost, Alter. Meint der jetzt mit schockierend dunkel mich? Weil ich so schockierend dunkel bin? Was sind denn eigentlich die gelben Punkte? Irgendwas ist das? Ach, altes Werk, Weltwissen. Gefangenenschicksal. Alles irgendwelche so zwischendurch Nebenaufgaben, wa? Hi. Jemand auf die Fresse? Ich bin böse. Nein. Leider nicht. Denn nicht, ne? Ich wäre hier niemanden dazu zwingend, dass er von mir auf die Fresse kriegt. Ich bin da ja nie so. Dein Rucksack. Sag das doch nicht. Lass dich einfach fallen. Oder so. Stacheldraht tut nicht weh. Der Vespe tut Außenposten. Eine alte Basis des Myriad-Stammes. Die werden wir jetzt auf die Fresse... ...sick geben. Der ist aber auch so. Hallo. Sind Sie es leid, immer wieder Krümel in Ihren Wohnzimmerteppich zu finden? Schauen wir nicht. Achso, ihr gehört zu mir. Ja, dann seid ihr bestimmt leid. Ich muss kurz pinkeln. Ich gehe kurz pinkeln. Oh, ja. Mal sehen. Gott, ey. Ich mag das, wenn er diese süße rote Farbe hat. Ich gehe nochmal ganz schnell da nach unten, weil da unten ist noch ein Nebenaufgabending. Wie sagt man noch? Roter Himmel bei Nacht? Oh, nein. Äh, es ging anders. Das ist eine Quatschnase, ist der Typ. Ja, ich hätte nachladen sollen vorher. Oh, wow. Deine Energie ist alle. Aua. Egal, die sind aber auch echt mobil wie sonst was. Und ich weiß, wir müssen eigentlich viel mehr kontern. Wir müssen viel, viel mehr kontern. Ich würde für die ein bisschen aus ihren Dingern holen. Dein Leben schwindet. Dein Leben schwindet. Schnell schneide. Was ist der? Meins? Ja, der Stream kommt auf YouTube nachher. Der wird nachher auf YouTube mit hochgeladen. Greifen und hochziehen. Greifen und hochziehen. Komm schon. Der Sprecher geht mir so auf den Dödel, Alter. Ehrlich. Der muss nicht zu allen, was ich mache, irgendetwas sagen. Dem Sieger gehört die Beute. Ah. Naja. Ist das Feuer eigentlich heiß? Ah, ah, ah. Feuer ist heiß. Wie ruhig dieser Ort ist. Bis Tagesanbruch ausruhen. Das regeneriert auch unsere Gesundheit wieder. Wobei Tagesanbruch ist es wesentlich schöner. Okay, irgendwo da drüben, aber da ist Wasser. Naja, wir können ja schwimmen. Also es ist ja... Nein! Oh! Komm Junge, da hättest du... Hättest du aber auch machen können. Du Nasendeckel. Das hätte er aber locker schaffen können. Jetzt sind wir mal ehrlich. Also ich hätte das locker geschafft. Spürst du den Wind in deinem Fell? Wie ruhig dieser Ort ist. Hier kann... Nö, sowas gibt es hier nicht mehr, Sandy. War schön, dass er genau im Feuer bei mir gespeichert hat. Da gibt es aber... Siehste? Geht doch. All diese Aushänge an der Tafel ergaben damals noch Sinn, als das Nass um einiges sauberer war. Faszinierend, was man früher hier so getrieben hat. Ich frage mich, ob irgendetwas davon noch Bedeutung hat. In der alten Zeit war das hier ein Hafen für Boote, die unter das Nass tauchten. Sie haben mitgeholfen, das Nass in Glibber zu verwandeln. Warum soll ich Nass da rein, mit Öl rein? Spürst du das nicht mit Absicht getan, glaube ich jedenfalls. Für diese Sauerei haben ihre Maschinen gesorgt. Und hinterher haben sie nicht aufgeräumt. Hier sollte sich eine Spur befinden. Du musst nur die Augen offen halten. Subnautica Station. Oh Gott, wir haben schon wieder was Neues gefunden, ne? Oh Gott. Wir werden niemals die Welt erobern, wenn wir uns von Gegenständen ablenken lassen. Ich glaube, es war nur Jiminy Grille. Ja, der Sprecher kommentiert ein bisschen zu viel. Die Sonne steht im Zenit. Der ist halt ständig nur am Quatschen. Mal sehen. Oh nein, wir werden immer auf YouTube. Was... Oh nein. Oh nein. Oh, jetzt ist es wieder... Jetzt ist es wieder... Glipp, Glipp ist keine leichte Sprache. Aber ich glaube, er sagt, dass er sich freut, ein freundliches Gesicht zu sehen. Davon sieht man heutzutage nicht so viele. Sagt, es ist schön, dich wiederzusehen. Sein Name ist Glippo. Er hat dir in den alten Tagen versucht, das Schwimmen beizubringen. Erinnerst du dich? Ich ne Ohrgetick. Ich sag dir, Mann. Glippo meint, du warst als Kindling so aufrichtig. Das kann er immer noch spüren. Selbst aus der Ferne. Nur kann man... Ich ne Ohrgetick. Ich sag dir... Glippo sagt, Erinnerungen schwinden erstaunlich schnell. Jeder ist die Summe der eigenen Erinnerungen. Nur zusammen kann man sich an die Geschichte so erinnern, wie sie wirklich war. Entschuldigung. Ich hör kaum zu. Er kann dir nicht viel über ihn erzählen, da er nie viel über ihn wissen wollte. Er versteht nicht, wie jemand so grausam sein kann, auch wenn er weiß, dass es Gründe dafür gibt. Saluja, nur kann man... Glippo meint, Erinnerungen bewahren Dinge für einen sicher auf, bis man bereit ist, sich ihnen zu stellen. Er versteht, dass du zurückgekehrt bist, um gegen Lupa Lupin zu kämpfen. Dieses Schicksal hast du all die Jahre mit dir herumgetragen. Er sagt, die Katastrophe damals hat das Gute in dir nicht ausgelöscht. Es ist immer noch da, so hell leuchtend wie in deiner Kindlingsheit. Jetzt ist die Zeit gekommen, um dich zu erinnern und zu handeln. Dein Leben ist dein Leben, keine Geschichte, von der du nur gehört hast. Rache. Er versteht deinen Wunsch nach Rache. Glaubt aber nicht, dass du weißt, wie du dich fühlen wirst, wenn du sie bekommst. Nimm das Licht! Lass mich drüber nachdenken, da gibt's keinen Zweifel. Du solltest lieber auf deinen Kopf statt auf dein Bauchgefühl hören. Siehst du, die Dunkelheit lässt dich stets mit allem davon kommen. Denk daran, es gibt stets Licht im Dunkeln. Dunkel? Wenn man ohnehin weiß, dass man recht hat. Du, Naku. Meint, das Leben auf dem Glibber ist unbegrenzt. So viele Orte, zu denen man reisen kann. Natürlich ist nicht jede Reise einfach. Welche magst du am liebsten? Den schweren Weg. Ich bin Dark Souls-Spieler. Schwerer Weg ist meins. Dann begib dich aufs offene Nass. Allerdings bist du dort ganz alleine. Zumindest bist du an einer neuen Küste landest und neue Freunde findest. Ich brauch keine Freunde. Ich brauch Schusswaffen. Schätzt, dass die Welt am Ende ist. Selbst der Glibber wird sein glibberiges Ende finden. Wünscht, du hättest den Glibber nicht noch glibberiger gemacht. Fragt sich, warum du mit den Jagni flatterst. Das sind Nesthocker, die bloß ihre Zeit vergeuden. Sie haben Spaß. Schätzt, du musst wohl andere Jagni als er getroffen haben. Aber hey, zurück zum Glibber. Gestern ist bereits vorbei. Es kommt darauf an, was du heute und morgen tust, um weiterzukommen. Du solltest die Vergangenheit fürs Erste ruhen lassen. Er kann die Subnautica-Station nicht verlassen, weil die Verschmutzung seinem Anzug zu stark zugesetzt hat. Du musst also genug Schrott sammeln, um seinen Glibbergleiter zu verbessern. Fang mit der alten Wrackkiste draußen an. Du solltest zurückkehren, sobald du den Schrott gefunden hast. Du solltest so schnell wie möglich dafür sorgen, den Glibbergleiter gegen den Pummelschnauber kampfbereit zu machen. Keine Ahnung. Steinald hat ihm erzählt, dass sich unter dem Nass das Epizentrum der Kontamination befindet. Dort schlug sie am stärksten zu und beeinflusste das Ökosystem am meisten. Cool. Äh. Naja, Hauptquest. Metallschrott. Ist das etwas, wo wir hinkommen, oder werde ich wieder jämmerlich absaufen? Weil hier ist Wasser. Ich hasse Wasser. Und ja, es ist immer sehr viel... Oh. Das ist immer so viel Text. So viel Blah wie die Blubtext. Jeder neue Tag bietet neue Chancen. Okay, da kommen wir also weiter. Oder lang, oder wie auch immer. Hier kommen wir auch irgendwo hin, aber ich glaube, nur zurück. Na ja, ich glaube, wenn ich X drücke, dann überspringt da gleich alles. Was mit den Sprüchen erinnert mich der Sprecher an einen lebendigen Glückskeks? Naja, so gut sind die Sprüche nicht. Glückskekssprüche sind da wesentlich besser. Ach ja, und ja, Freitag werden wir auch nochmal hier versuchen. Und dann... Ich denke mal, ich häng mich da ran. Okay, ich häng mich da vielleicht doch nicht ran. Okay, das... Ich hab gedacht, wir hängen uns da ran. Ich hab jetzt damit gerechnet, dass wir uns da ran hängen, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob uns noch irgendetwas fehlt, aber ich hab jetzt... Ich hab jetzt ein bisschen... Hier unten bist du zugleich geschützt und gefangen. Ich hab jetzt... Der will jetzt... Ich finde einen Weg, das Glibber abzusenken. Ah! Oh, wir sind drauf. Okay, wir können also doch drauf. Okay, das Drauf ist nur ein bisschen schwierig. Immer schön geradeaus. Okay, keine Ahnung. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich weiß nicht, wie ich mich austariere. Ich weiß noch nicht, wie ich mich austariere. Nur gegenlenken. Hab ich gerade gemacht? Der hat dagegen nichts getan. Deswegen bin ich gesprungen. Vielleicht war ich zu... Zu zaghaft. Keine Ahnung. Ja, Ladebildschirm. Du kannst es kaum abwarten, hier abzuhauen. Da war sowas von. Okay, das war jetzt... Ich war einfach zu... Ich war zu... Zu... Zu zart gewesen. Nein. Ups. Das war keine gute Idee. Nichts falsch. Ah, Glück gehabt. Glück gehabt. Ja. Aua. Hau auf so ein Metallding. Oh, guck mal, Hunde. Mitten zwischen die Augen. Klick, 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 klick. Vollkörper. Bäm. Ja, wir können ja jetzt sowieso nichts dran machen. An der ganzen Situation ändern. Tja, was sagt man dazu? Ich würde es auch schöner finden, wenn es nicht so wäre, aber... Würde es witzig machen. Ich glaube, die Wand können wir einpupsen. Aua. 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 Oh, ne, doch nicht. Stimmt, dreimal. Da können wir interagieren. Da können wir interagieren. Da leuchtet irgendetwas Legendäres drin, ne? Als wäre es nicht so golden. Ja, was Legendäres. Eine Pistole. Und so ein grünes Schulterleder-Ding. Du hast ein Leiterplanten-Rätsel gefunden. Oh Gott. Um zu wechseln, das da, das da. Um die Farbe eines Lichts zu ändern, das da. Oh, das kriegen wir schon hin. Wird die Farbe eines Lichts geändert, so ändern sich auch alle angrenzenden Lichter. Nutze deine verfügbaren Züge, um alle Lichter anzumachen. Fertig. Habt ihr gesehen? Intellekt ist hoch bei mir. Obwohl mein Intellekt niedrig ist. Obwohl ich doof bin, bin ich schlau. Oh je, ich muss hier noch im Müll wühlen. Hab ich gerade echt in Scheiße gewühlt? Schön. Schön, schön, schön. Warte, jetzt da hoch. Komme ich nicht. Ich bin verarschen. Mich. Hallo. Hallo. Was ist das? Aha. Klettern. Du hast einen Kletterplatz gefunden. Verwende die üblichen Bewegungssteuerungen. Ja, das kriegen wir alles hin. Irgendwie so. Äh, ein Huggel. Huggel. Hi. Okay, du alter Huggel, ey. Ah, ich war in ihn drinne. Ich hab voll in ihn gehuggelt, ey. Jetzt häng ich irgendwie in diesem Ding fest. Okay, das war ungerecht. Das war ungerecht. Oh, guck mal, wie süß der ist. Ah, der Huggel ist aber süß. Den Huggel will ich jetzt Hausdier haben. Das war kritisch. Like a virgin, ey. Hacken und schlitzen. Immer mal wieder schießen. Und dann den Ansturmangriff. Das ging daneben. Voll ins Schwarze. Oh, armer Huggel. Naja, er hat einen Schwammblubbler dabei. Der gute alte Schwammblubbler. Wurden zwar ab und zu mal getroffen, aber ich glaube... Okay, ach so. Okay, ich wusste nicht, dass Blocken tatsächlich auch Ausdauer kostet oder Energie. Bis dann, Mini. Vielleicht bis Freitag. Wie gesagt, Freitag sind wir hier auch garantiert nochmal unterwegs. Hi. Oh Gott, warum rede ich mit dir? Die sind nett. Birg die Wrackkisten. Die sind nicht nett. Au. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Hack, hack. Voll auf die Zweifel. Glibber, Gleiter, Teile. Oh ja, gut, okay. Au. Mal auf, Mann. Ich will das Ding da fertig machen. Aber ich glaube nicht, dass wir das... Doch, können wir. Oh, dieses... Aua. Oh, Mann. Ich wünschte, wir könnten echt anvisieren. Anvisieren wäre einfach der Traum in diesem Spiel. Ehrlich. Was macht denn der jetzt? Geile Kampfrolle, Boah. Mit so wenig Energie wird das nichts. Aua. Hi. Gehtsang. Stetischer Treffer. Aua. Jetzt hör doch mal auf, damit, den Zeug auf mich zu werfen, Boah. So. Erledigt. Er hat wieder Aang ein. Er hat wieder Aang ein Keks für mich. Für so etwas findet sich immer ein Zweck. Okay, das war so eine Selbstschussanlage. Wir könnten aber auch mal Level abgehen, ne? Wir interagieren mal hier mit dieser Glibberkiste. Eine Endflosse. Ein Dulfino. Glibberwrackkisten geborgen. Ein von neun. Aufgrund von Toxanols Bohrungen vor der Küste begann es Öl zu regnen, welches das Nass- und das Grundwasser verseuchte. Der Langzeiteffekt auf die Evolution der Lebewesen war, wie man jetzt weiß, der Grund für ihre Existenz. Naja, ich hätte halt noch mehr Strikes bekommen, wenn ich halt immer weiter das Video hochgeladen hätte, ne? Die Schalter müssen auf eine Weise betätigt werden, dass genug Spannung durch den Leiter fließen kann. Nur noch ein paar Versuche. Ah, die Rätsel sind sehr einfach. Bis jetzt, also die Rätsel sind bis jetzt echt einfach. Gut, das ist genug elektrische Strömung, um die Aktoren zu initialisieren und das System zu aktivieren. Ja, warum wir am Freitag, äh, weiß ich nicht. Ich lerne aus ihr. Kehre zu Glippo, Glippo, Glippo zurück hier nochmal. Ich glaube, hier oben war ja sonst auch nichts mehr, oder? Da ist sonst nichts weiter, hier ist sonst nichts mehr. Vielleicht war es noch nicht so weit, dass sie das einstellen konnten, dass ich nicht mehr streamen konnte. Ich habe mich auch ein bisschen gewundert, aber naja. Ich habe mich da halt nicht beschwert drüber. Aber hier ist nichts. Ich laufe hier im Kreis, aber hier ist nichts. Nichts. Aua. Unsere Pinkelfahne. Hi. Endlich wieder Gespräche. Er hat den Glibbergleiter zum Laufen gebracht. Er verfügt jetzt über einen Greifhaken und ein Sammelnetz, aber keine Panzerung und auch keinen Motor, der stark genug ist, den dichten Glibber weiter draußen zu überwinden. Wozu der Greifhaken? Auf dem Nass dümpeln Müll und Trümmer herum, die dir den Weg versperren oder abgeschleppt werden müssen. Du benötigst ein Gerät, um sie wegzuräumen. Glippo meint, Gizmo habe eine Kanone für den Glibbergleiter entwickelt. Doch statt Kugeln verschießt sie Quarker, quietschende Ablenkungen für den hochaufmerksamen Pummelschnauber. Das verschafft dir Zeit, um dich in Position zu bringen. Du solltest am besten mit Schlucker reden, wenn du Quarker suchst. Er kennt sich auf der Nassinsel aus und weiß, wo sich die Quarker am liebsten herumtreiben. Du wirst also die Ehre haben, Schlucker beim Sinkiding zu besuchen. Er wird dir sagen können, wo du die Quarker findest. Sinkiding. Ich hab' ein Motorboot. Der Glibbergleiter verwendet als übliche Bewegung. Kann ich die Geschwindigkeit erhöhen, indem ich da drücke. Was zum Teufel, ich hab' ein... Okay, wir haben jetzt ein Motorboot bekommen. Ich hab' keine Ahnung, wir haben jetzt ein Motorboot. Okay, das ist aber schon wieder cool irgendwie. Und was passiert, wenn ich auf Land fahre? Nis, hängen. Oh, mit X kann ich den ja wieder zurückrutschen. Komm schon! Okay, kaputt. So, wir wollten aber tatsächlich immer noch... Warum seid ihr plötzlich wieder da? Haben wir uns auch irgendwie auf diese Richtung da? Aua, hör doch mal auf, Mensch. Alter, ich krieg' hier ja auch nicht viel mit. Er visiert irgendwelche Leute an, aber die soll er gar nicht anvisieren. Und dann visiert er irgendwie an. Guck mal, jetzt hat er den da oben anvisiert. Er dreht sich immer weg, der Typ. Das ist also... Das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Das mag ich nicht. Dieses random anvisieren ist nicht meins. So, level up. Aber, voll die Faust. Geschichten überleben nur, solange jemand zuhört. Also, hör gut zu. Was? Wow, wow, wow! Das müssten wir eigentlich viel mehr machen. Da denke ich aber nie dran. So, Vorsicht, Feuer heiß. Minako, mach dir da keinen Kopf. Das ist halt so, wenn man alt wird. Dann ist man halt immer ein bisschen verwirrter. Wir können natürlich wieder auf Glück gehen, weil im Endeffekt, ne, Crit-Schaden ist immer gut. Beute-Chance wird um 10% erhöht. Waffenbasierte Fernkampfangriffe von Gegnern haben eine Chance, 10% die zu verfehlen. Das Ausweich-Distanz wird... Oh, das ist schön. Oh, das habe ich noch nicht, ne? Doch, kann ich doch. Ja, nice. Das Ausweichen wird erhöht. Um 20%. Ich merke keinen Unterschied. Cool. Okay, wir müssen, glaube ich, mal unsere... Äh... Äh... So. Was habe ich mit meinen Eiern gemacht auf dem Gefrierschrank? Was ist los? Jetzt wird die alte Frau schon wieder von mir. Können wir eigentlich irgendetwas mal herstellen? Ich meine, ernsthaft? Lass uns doch mal gucken, ob wir irgendetwas herstellen können. Schrottgestell. Katana? Katana? Basistyp, Heft. Zusatzteil haben wir nicht. Zusatzteil haben wir nicht. Mal sehen, was du herstellen kannst. Heft. Ein Rohr. Oh Gott, oh Gott. Achso, da steht der Angriff. Ist das denn eine Einhandwaffe? Einhandhieb. Ist für mich eine Einhandwaffe, ne? Einhändiger Heap. Typ einhändiger Heap. Ja, also... Mehr kann ich aber nicht. Also, stellen wir das mal her. Naja, ist jetzt ein bisschen besser als unsere andere Waffe. Modifizieren. Die Schrottklinge. Kann ich das denn jetzt... Habe ich das jetzt ausgerüstet? Ne, muss ich bestimmt ausrüsten, wa? Habe ich die? Jetzt muss ich kurz gucken. Quatsch. Quatsch. So will ich ja eigentlich. Ja, ich habe jetzt halt ein langes Schwert. Quatsch, da wollte ich nicht hin. Wobei... Wir haben wieder hier... Wir können so einen Rucksack tragen. Und da habe ich... Hier muss ich ein Level für abgehen. Aber den können wir ja erstmal ausrüsten. Und der verbessert mich ja, glaube ich. Glaube ich. Keine Ahnung. Schulter rechts. Gesicht. Keine Gegenstände. Kopf. Wunderschön. Hm. Toll. Ja, mit Bärchenmütze. Wird alles nicht besser. Linke Schulter haben wir nichts. Ich habe auch noch Beine. Aber auch erst mit Level Up. Nebenhände habe ich auch... Achso. Ich habe auch noch einen Rumpf. Kann ich den Kopf modifizieren. Erhöht halt die Verteidigung. Wenn wir den da jetzt draufsetzen. Ja, ich setze ihn mal drauf. Ich denke mal, den kann ich wieder abmodifizieren, oder? Oh, das kann ich nicht. Kann ich... Achso, wir haben gar nicht genügend. Zu wenig Schrott. Ah, okay. Okay, 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 okay. Aber das Ding können wir machen. Das scheint zu halten. Du kannst das tragen. Ja, ich... Das... Das ist einfach... Das hat einfach unsere Verbesserung... Hat einfach... Das kleine Ding auf dem Kopf, da hat einfach acht Verteidigungen mehr gegeben. Das ist es halt einfach, ne? Das ist halt einfach unser Ding. Da haben wir nicht genügend Schrott für. Wir brauchen mehr Schrott. Hey, wieso einfach draufgeklebt? Das ist ein Verteidigung. Falls er uns jetzt direkt auf den Kopf hauen will, haben wir Verteidigung. Hi. Hi. Wie ist dein Schott? Du musst sie da treffen, wo es weh tut. Füge ihnen so viel Leid wie möglich zu, damit sie begreifen, dass dein Stamm das Grauen ihres Lebens ist. Möge das Chaos beginnen. Mord, Verwüstung und andere schreckliche Dinge werden geschehen. Er ist sich sicher, dass du es schon mal erlebt hast. Das ist die erste Verteidigungslinie. So, da war er ja. Fass mich nicht an doch. Hey, der hat mich geschubst. Mama, der hat mich geschubst. Cool. Ist das gut? Aua! Ich muss mit Viereck drücken. Ich bin verwirrt. Ehrlich? Ich hab keinen Plan, was du willst. Ah, jetzt! Ah! Das hab ich schon die ganze Zeit so gemacht. Aber okay. Jetzt aber. Meine Güte! War das aber random. Was? Drück mal Dreieck, wenn's unten auftaucht. Dann mach ich nur meinen Kombo-Schlag. Hier, zack, 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 zack. Dreh an den Drehrädern. Die ganze Nacht. Hallo? Ich mach nie was falsch. Toilettenspülung ist aktiviert. Das Wasser flutscht aus der Flussfanne. Das flutscht sowas von raus, Alter. Hallo? Wird's jetzt von mir? Hallo? Ah! Nur weiter so. Aber natürlich. Ich sehe die Verbindung. Ich sehe die Verbindung dazu. Mh, mh, mh. Natürlich, natürlich. Ja, ich genau sehe die Verbindung. Da glitzert doch was. Da glitzert doch was. Da glitzert doch was. Wir haben wieder ein bisschen Schrott gefunden. Mein Schrott? Habt ihr hier Loot? Loot tut mir gut. Oh, Loot. Hey, in diesem Käfig steckt ein Helfer. Nein! Den töten wir. Weil er hat sich gefangen nehmen lassen. Also bitte, nur luschen lassen sich gefangen. Nur luschen! Ich hoffe nicht, mit deiner scheiß stinkenden Waffe zu schubsen. Haben wir uns verstanden, Alter? Schlitz dich auf, Alter. So, den soll ich jetzt helfen? Der hat sich gefangen nehmen lassen. Na, du Pfeife. Sagt, gerecht behandelt worden zu sein. Jedoch erleichtert ist, dass du da bist. Hofft, du behandelst die Gegner mit dem gleichen Respekt. Sei keine Gnade. Wünscht es gäbe einen anderen Weg. Aber das muss es wohl tun. Du musst böse sein. Böse. 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 Geh in die Ecke. Geh in die Ecke. Hier. Geh in die Ecke. Bleib da. Können wir die Tür wieder zumachen? Kann ich ihn töten? Ich will ihn nicht töten. Ich wollte hier Türen öffnen eigentlich und irgendwelche unschuldigen Zivilisten abschlachten. Aber na gut. Ist wohl nicht drin, er sagte. Schade. Na ihr Dödel. Steht ja auch nur rum, wa? Da ist ein anderswo Spiegel. Oder einfach nur ein fetter Flammenwerfer oder sowas. Ausrottorino Frugabster. Naja denn. Komm, das rüsten wir aus. Mit Luftfilter vorne dran. Naja, ist doch schön. Oh Gott, Wasser. Schnell weg. Na du Dödel. Oh oh. Ich seh doch schon, was Kette ist da oben. Ein Scharfschießer. Dieses Gerüst sieht instabil aus. Dieses Gerüst ist... Weicht dem roten Strahl lieber aus. Ah ja. Hier kommt die zweite Verteidigungslinie. Gleich. Da kümmern sich meine Dödel drum. Okay. Kümmern sie sich nicht. Quatsch. Oh, du bedeutest Gefahr. Ja ja. In your head. In your head. In your head. Zombie. Oh, guck mal. Der sieht doch kaum. Der sieht nur durch ein Loch. Ready. Okay. Ein kräftiger Stoß sollte reichen. Da geht das Licht aus. Skill. Knap tool. Na. Habe ich gar... Auf wen schießt der? Ich will auch schießen. Tonk, tonk, tonk. Sieht explosiv aus. Schieß drauf. Dann geht es hoch. Ach so. Auf das Tor da. Aber halte Abstand. Biu. Kaboom. Du bist drin. Fast geschafft. Easy. Gibt's hier noch irgendwas? Der war die ganze Zeit nur hier drin eingesperrt. Was hat denn der für ein Problem? Auf wen schießt du? Aber was ist los? Hm? Erzähl es dem Papa. Was ist los? Ich habe einen Rucksack. Guck mal. Ich habe ein kleines Handtäschchen auf dem Rücken. Ist sie wieder ruhig? Nein? Okay. Dann leck mich. Aminako, fass dich mal ein bisschen kürzer mit deinen Sätzen, ja? So faszinierend ist das nicht. Der Außenposten gehört jetzt deinem Stamm. Nice. Das war's. Nice. Meins. 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 Er sagt, du hast sie geschwächt. Aber sie geben nicht auf. Dein Sifu dankt dir. Dein Stamm wird stärker. Oh ja, das wird der Stamm. Das wird so ein richtig harter Stamm. Außenpostenläden geöffnet. Na toll, einkaufen. Stamm ist Waffe freigeschalten. Die werden wir niemals benutzen. Das ist ein Stöckchen. Stamm ist Waffe. Jeder Stamm hat eine eigene Stammeswaffe. Besiegst du einen gegnerischen Stamm, erhältst du seine Waffe. Hilfst du deinem eigenen Stamm, er erhaltest du ebenfalls seine Waffe. Du bist jetzt mit den Stammen verbündet. Du kannst dich jetzt dazu entscheiden, deine Loyalität zu ändern und dich einem anderen Stamm anzuschließen. Geh zur Festung eines Stamms und spreche mit dem Sifu, um deine Loyalität zu ändern. Sagt, deine Eroberung des Außenpostens war eine Glanzleistung. Du hast dir das Recht verdient, die Stammeswaffe zu tragen. Ich werde sie mit Stolz tragen. Sag, du kannst dich glücklich schätzen, diese Ehre zu haben. Ja, aber ich denke mal, die Stammeswaffe wird eine Einhandwaffe, eine Zweihandwaffe sein, oder? Stammeswaffe. Stammeswaffe. Ich geh mal ganz stark von der Zweihandwaffe aus. Oh ne, ein Hand jetzt? Ne, Zweihand. Okay, die ist aber echt gar nicht so schlecht. Hm, ich behalte sie erstmal. Zeit für ein Abenteuer. Ein gutes oder schlechtes? Schlecht! Okay, Stammeswaffen. Der starb, der Jagd nie starb, der Dings da. Okay, so ein bisschen Ninja sind wir, aber auch nur ein bisschen Ninja. Okay, wo ist denn jetzt unsere Aufgabe? Jetzt haben wir den Außenposten erledigt. Jetzt den da loslässt. Finde ein Reittier. Lebe in der Wildnis. Ich verfolge den Lebe in der Wildnis-Quest. Ich finde jetzt ein Reittier. Hallo, ich soll ein Reittier finden. Hallo. Hallo, eins! Oh, ein Schlüpper. Cool. Hallo! Hallo! Meins! Können wir unsere Stammeswaffe jetzt eigentlich pimpen? So, pimp mal Stammeswaffe mäßig und so. Nö. Kommen wir nicht. Nö, 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 nö. Wir können aber fliegen. Ich pinkel erstmal. Ach ne, doch nicht. Ich hole mir einen Psy-Punkt. Ich dachte, ich pinkel. Ich wollte eigentlich pinkeln. Ich mag pinkeln. Na komm. Bist du Nidiana Jones, oder wat? Sagt, es sei ermüdend, ständig daran zu denken, dass der Baum des Lebens stirbt. In der vergangenen Zeit gab es Kisten, die für einen das Denken übernommen haben. Google. Sie nannten sie Kopfkästen. Du solltest einen davon finden. Wo finde ich denn einen Google? Meint, früher waren die überall, aber hauptsächlich drinnen auf Arbeitsoberflächen. Die meisten Kopfkästen waren in Innenräumen. Vielleicht solltest du dort danach suchen. Wahrscheinlich findest du nur Kaputte, aber du bist clever klug. Wenn du ihn zum Laufen bringst, denkt der Kopfkasten für dich. Ein Kopfkasten könnte mir helfen, Probleme zu lösen. Sag, dann könntest du Probleme noch besser lösen. Okay, ich brauch einen Kopfkasten. Ich hab keine Ahnung. Wir schleichen das natürlich an. Das ist eine Zniegel. Leichte Beute für Lupa Lupin. Für alle anderen ist sie das perfekte Reittier. Wenn du sie gut fütterst, gehorcht sie dir. Okay. Ein Piepgebüsch. Njam, njam. Für die Ziegen. Oh Gott, der Typ ist so... Ziegen. Ein Piep, Piep. Gott, Alter. Du hast eine Pieppflanze gefunden. Gleite darunter und sammle den Piepsamen. Okay, ich sammle den Piepsamen. Wie seltsam, dass die Bäume noch so voller Leben stecken. Ziegen. Ich kann jetzt eine Zniege reiten. Ziegen. Hüpf, 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 hüpf. Ich bin schon... Deine Reserven sind leer. Deine Reserve ist leer. Das ist ein Ressourcentotem. Ein Monument, das von Schrottsammlern hinterlassen wurde, die das Gebiet zu erhalten wollten. Kniegenarsch. Du hast ein Schrotthotem gefunden. Mach mit deiner Waffe Kleinholz daraus, um Material zu bekommen. Okay, dann muss ich nur von dieser Kniege mal runter. Es lohnt sich immer ein paar Holzreste parat zu haben. Stimmt, du alte Kniege, Alter. Mach dich fertig, Kniege. Zack, 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 zack. Okay, wir müssen noch weitere Außenposten erobern. Transportmittel. Geh zum Transportmittelreiter, um auszuwählen, welches Reittür im oberen Platz seines Transportmittelmenüs erscheinen soll. Ja gut, bis jetzt haben wir nur ein Reittier. Kniege. Die gute alte Kniege. Okay, komm ich da, da ist Wand. Willkommen auf der Nassinsel, wo der Horizont im Glibber verschwindet. Nicht wirklich, der Horizont ist eher im Kniegenarsch. Spring, Kniege! Oh, hehehe, wir sind böse. Hehehe. 50% sind weg. Sturbs los. Aber da geht aber. Da ist meine Ziege, da ist mein Wasserboot, also wir haben genügend. Jeder Tag bietet dir eine neue Chance, dein Schicksal zu erfüllen. Und eine Kniege zu finden. Jeden Tag ein bisschen stärker. Ich drücke die Taste, um Feuer zu machen. Dunkel, hell, einfrieren, Knisterball. Piu, piu, piu. Hell. Fliegen. Telekinese, die Leute herumschleudern. Hell ist Blitzdingen. Und dunkel ist Himmelsfunke. Okay, Himmelsfunke ist aber cool. Mach mal dahin, wir gucken mal. Da ist doch wieder so ein Schrott-Tote. Helikopter, Mann. Ja, beruhig dich, beruhig dich, kleiner, beruhig dich, kleiner. Ganz ruhig. Immer locker durch die Hose atmen. Feuer! Ein Helm. Wie ruhig dieser Ort ist. Ist das eine Pinkelfahne? Ich hab noch keine Pinkelfahne. Was, Pinkelfahne? Wo ist eine Pinkelfahne? Pinkelfahne? Ach da, oder? Ne. Oh, da ist eng ein Tier. Ich hol mir ein neues Reittier. Die Zniege ist doof. Seid ihr Reittiere? Okay, ihr seht, ihr seht echt, ihr seht total evil aus. Er fordert, was? Betenpip. Betenpip. Okay, ihr seht total, ihr seht, ihr seht, ihr seht, ihr seht, ihr seht mega gruselig aus. Ehrlich, ihr seht total gruselig aus. Da vorne wird's aber sein, dieses Beten-Dings da. Ja. Ja. Dafür mangelt es dir an Key-Energie. Ach, deine Mutter. Der Ding sieht total evil aus. Und wo ist jetzt diese Fahne? Was ist da drinne? Was ist das? Grün. Du hast eine grüne Blattpflanze gefunden. Spring durch den Ring, um das Blatt einzusammeln. Damit kannst du später kaufen. Toll. Cool. Okay. Kannst du gerade sagen, dass mein Reittier, mein super, super süßes Reittier, dich an ein Horrorspiel erinnert? Okay, das sieht echt creepy. Es ist zum Reiten da und kein Freund. Hey. Ich bin zwar böse, aber das ist fies. Ich hab mir noch keine Ahnung, wo Sandy die Pinkel-Fahne gesehen hat, aber egal. Wir reiten aber mal weiter. Rodeo! Ja, hab ich hier. Nee, 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 nee. Attacke. So, du wartest hier, ja? Ich geh da alleine rein. Nimm das. Okay, die Waffe ist aber doch schon echt cool. Okay, die Waffe ist aber doch schon echt cool. Okay, die Waffe ist aber doch schon echt cool. Muss ich dir einfach mal sagen, die Waffe hat aber auch schon ein bisschen Stil. Hier können wir uns ausruhen, aber wir sind so ausgeruht. Schulterschutz und Armschien. Wenigstens gehst du nicht mit leeren Händen davon. Der habe ich schon wieder nicht gesehen, doch. Ein Helikopter. Lohnenswert. Ach, Emil. Ein Stock kann auch gut sein. Ja, Entschuldigung. Ich will aber Klingen ranmachen. Ringschrott. Ich will Klingen an das Ding machen. Oder einen Flammenwerfer oder sowas. Irgendwas... Irgendwas cooles. Apropos cool. Ich wollte nochmal bei Ausrüstung... Wir finden aber auch nichts besseres, ne? Wobei die Maske hier auch einfach, ne? Echt eklig ist. Aber der Entenhelm ist halt auch einfach nur gut. Gut. Gut, die Maske macht nochmal 6% Kript mehr, aber egal. Kann ich denn hier machen? Ich kann die Mündung verbessern? Mit einer Nussel? Die jute alte Nussel. Ich kann noch einen Aufsatzmodifizien... Okay, ich hab nix. Basistyp. Feuerrate. Mit einem Plumpsklo kann ich dann richtig ratatatatam machen. Aber dadurch wird sie mega schwach. Oh Gott, oh Gott. Hitze wär halt auch cool, ne? Was haben wir sonst noch? Magazin? Ja, Magazin können wir vergrößern. Der Griff... Und der Schaft, haben wir nichts. Dir wird schon noch was Gutes einfallen. Aha. Kurze Frage, wo kann ich denn hier überhaupt... Wo kann ich hier überhaupt... Wo kann ich hier überhaupt... Äh... Verschrotten? Ah, hier steht verschrotten. Okay, cool. Ne, das trage ich... Trage ich grad die Jeans? Ich trage grad ne Jeans. Den brauche ich nicht verschrotten. Okay, den kann ich auch nicht verschrotten. Die Waffen lasse ich nochmal. Das Ding trage ich gerade. Das ist besser. Dann kann ich dit da jetzt verschrotten. Oh, rücken hab ich auch irgendwas. Oh, da kann ich jetzt den hier tragen. Gesundheit hoch, KI-Energie hoch und Energieregeneration hoch. Crit geht hoch, alles besser. Den Kopf hab ich auch. Ja, der Entenhelm ist halt auch einfach gut, ne? Das hat sich gelohnt. Heute machst du deinen Schrott selbst. Die Maske ist gruselig. Okay. Dann haben wir wenigstens mal ein bisschen... Ich find das doof, dass ich die Waffe nicht modifizieren kann. Ich mach mich voll traurig. Ich mach mich voll traurig. Ach nicht, will ich einen Flammenwerfer haben. Ich will irgendwas mit Feuer machen. Ich mach noch Zusatzmagazin dran. Das baue ich mir jetzt. Keine Ahnung, wie das jetzt ist. Lass mal nachladen. Ah! Okay, das hat aber irgendwie Stil. Die Waffe hat aber irgendwie Stil. Ich habe meinen kleinen Rucksack hier. Okay, wer will auf die Fresse? Aua. Da war eine Wand. Was, ich soll mir eine eigene Waffe... Ah! Ja, Entschuldigung. Ich habe meine blaue Pille nicht genommen. Ich komme nicht hoch, okay? Gesundheit-Pack. So, jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken. Ich gehe immer so rein. Ich weiß auch nicht, warum. Ich gehe noch nicht mit dem Rucksack. Okay, das packe in ein paar dotted. Ich will irgendwas mit meiner Stammeswaffe machen, aber es geht heute nicht. Ich wünsche, wir könnten irgendwas damit machen. Naja, vielleicht irgendwann mal. Unsere eigene Stammeswaffe bauen oder so. Ich muss pinkeln. Pinkeln. Okay, wir müssen... Hallo? Darf ich rein? Ich habe auch Peng-Peng-Pengs. Bin ein Helikopter, bin ein Helikopter. Na, Kumpel? Sagt, sie haben auf dich gewartet. Sie sind bereit, dem Außenposten Tod und Zerstörung zu bringen. Ich bin bereit. Erhofft, dass du es wirklich bist. Ich bin so bereit, Alter. Die Späher haben ein Motten-Nest in der Nähe des Außenpostens entdeckt. Wenn du es zerstörst, fallen die Motten über den Außenposten her, weil sie ein neues Zuhause brauchen. Genau das ist der Plan. Wenn alles nach Plan läuft, sollten die Motten für ein wildes Durcheinander sorgen. Okay, Motten-Nest zerstören. Seien wir hier drinnen? Hallo? Mr. Motte? Kommst du aus Mottenegro? Ey, 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 ey. Fasst das nicht an. Motte? Da drüben ist das Motten-Nest. Ich hab'n Flammenwerfer, ne, oder Flammen-Maschinengewehr. Ah! Ach so, ich soll was Wichtiges hören. Guck mal da, die Schwänze da. Stirb! Dreh dich doch bitte in die Richtung. Immer schön auf Abstand halten. Naja. Kicks! Meins, mein Nest. Zerstöre es einfach. Ich dachte, ich soll hören. Muss ich auch entscheiden. Das wäre jetzt nicht, wie die Motten mir helfen sollen, aber okay. Ich hätte den Außenposten jetzt einfach so angegriffen mit meiner Macht. Durch den anderen. Super effektiv. In deinem Gesicht. Ich bin ein Ninja. Turtle. Nein, Ninja-Turtles sind schwul. Die will ich nicht sein. Niemand. Was denn das schon wieder? Hier nach oben. Motty. Motilda. Ist das hier das richtige Motel? Okay, jetzt hab' ich aber auch keine Ahnung. So, so, so. Ach, da. Oder? Kamen von hier? Okay, wer von hier kamen, denn... Können wir da nämlich lang. Okay, gut. Die Dunkelzeit kommt. Haare bis zur Dämmerung aus. Quatsch. Ich mag meine neue Waffe. Schwingen, parieren, ausweichen. Ausweichen. Erledigt. Okay, können wir hier wieder so eine Avada-Kedavra-Waffe machen? Ja. Was ist das denn hier? Achso, mein Katana, was ich selbst gebaut hab' und... Gute Arbeit. Das Motten-Nest ist futsch. Die Motten fliegen auf den Außenposten zu. Die sind ordentlich aufgestachelt. Der Außenposten gehört jetzt... Das was? Ernsthaft? Ein Mottenverseuchter Außenposten gehört jetzt mir? Cool. Mein Mottenverseuchter. Du hast sie geschwächt, aber sie geben nicht auf. Ihr solltet lieber aufgeben. Dein Sifu dankt dir. Dein Stamm wird stärker. Bin ja auch der Beste. Außenpostenläden geöffnet. Macht das richtig. Oh, wie du fegst. Du fegst wie einer, der keine Ahnung hat, wie man fegt. Ich weiß, es ist alles nur fegt tief, aber trotzdem. Stammes-Ausrüstung freigeschaltet. Okay. Glaub ich. Mir fehlt mein Entenhelm. Er sagt, deine Eroberung des zweiten gegnerischen Außenpostens war eine Glanzleistung. Du hast dir das Recht verdient, die Stammesfarben zu tragen. Jetzt bin ich totschick? Denkt, deine Gegner werden vor dir die Flucht ergreifen. Okay. Ist das denn besser überhaupt, oder hast du mir irgendeinen Schrott gegeben? Ja, das hier hat halt KI-Regeneration und sowas drin, ne? Ach komm, der Entenhelm ist einfach besser. Wir lieben den Entenhelm. Der ist auch besser. Der Entenhelm ist halt einfach... Es geht halt nichts über den Entenhelm heutzutage. Nö. Ja, deine Stammrüstung sieht bestimmt doof aus. Also wie wenn das... Ne? Ich kämpfe ja gegen deinen Stamm hier gerade. Und die sind ganz schöne Pfeifen. Just saying. So, wir haben jetzt noch... Quacker. Noch ein Außenposten. Aber ich bin ganz ehrlich, das machen wir... Äh, wenn ich wieder ganz normal Folgen aufnehme. Denn, ja, es ist... Wie ich schon auch eigentlich auch befürchtet hatte, ein bisschen viel zu wenig los. Auf Twitch. Muss ich sehen, wie sich das Freitag entwickelt, ansonsten... Ansonsten müssen wir uns halt, äh, gedulden. Was das angeht, aber... Für drei Stunden ist mir das ein bisschen zu... Meins! Ist mir das ein bisschen zu wenig los hier. Da ist die Zeit nicht wert. Da muss ich dann lieber aufnehmen. So, Obsie-Punkt erhalten. Wir reden nochmal mit dem hier. Hi. Wo ist denn ein Klingeling? Für ein wenig Entspannung sorgen. Leider kannst aber nur du es besorgen. Würdest du das tun? Das sollte gar kein Problem für dich sein. Wo ist denn ein Klingeling? Schätzt, es kann nicht weit entfernt sein. Irgendwo hier in der Gegend kann man es klingeln hören. Hat das Klingeling vor einer Weile noch gehört? Es kann nicht allzu weit entfernt sein. Du solltest es dir schnappen, bevor es dir jemand wegkrallt. Dann kannst du schließlich jeden anklingeln, oder? Denkt, du wärst richtig gut im Klingeln. Ich wäre der Hammer im Klingeln, Alter. Ich werde dich sowas von wegklingeln, Alter. Da kannst du gar nicht das... Ich werde einfach... Ich werde dich erst mal gegenpinkeln. Oh, hab ich schon. Okay. Okay, das Klingeling wird sich bestimmt irgendwo hier befinden. Ne, jetzt hier ist noch ein Gefangener. Wrackkiste. Funkenbrutzler. Finde den Kopfkasten. Kleidernässer. Klingeling. Tafeln. Okay, die Tafeln. Wir arbeiten uns langsam hoch, aber wir müssen ja auch die hier ein bisschen fertig machen. Da kommen wir noch nicht durch. Der Glibberruf. Man kann hier auch ohne Account zugucken. Und selbst wenn ein Account machen, ist die E-Mail-Adresse angeben. Das ist wie bei YouTube. Mehr musst du hier eigentlich auch nicht machen, um Account zu machen. Also im Endeffekt ist das auch... Ah, guck mal, da ist unser Knuddelfieh. Unser Knuddelfieh. Hi. Du bist so süß. Aber voll gruselig. Echt. Du machst mir voll Angst. Du bist gruselig. Ernsthaft, du bist mega gruselig. Mega gruselig. Deine Augen, aber ich will dich trotzdem haben. Deswegen, hier ist der Account kostenlos. Das ist einfach oben auf Anmeldung drücken. Du gibst die E-Mail-Adresse ein und fertig. Und dann gibst du deinen Account-Namen ein und fertig. So gesehen ist das ja nicht das Problem. Das Problem ist, dass die Leute halt nicht rüberkommen. Wollen. Ich meine, so wie sie wollen, aber das ist dann halt doof. Ist halt doof, das YouTube. Aber vielleicht ist es ja auch bald gar nicht wieder weg. Oder was weiß ich. Keine Ahnung. Ich glaube zwar nicht, dass es einfach so weg geht, aber wir werden es sehen. Na gut, ich nehme jetzt dann noch eine Folge auf. Die hier werde ich dann gleich hochladen. Und ja, ich denke mal, im nächsten Folgen mache ich, ne. Es ist hier halt nichts, 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 nichts los auf Twitch. Auf YouTube macht Livestreams 10.000 Mal mehr Spaß, weil 10.000 Mal mehr Leute vorbeikommen. Das ist es halt. Aber mal schauen. Wir müssen gucken. Ansonsten müssen wir uns halt wirklich bis August zurücknehmen. Was doof ist, aber was willst du denn anderes machen, ne? Geht halt dann leider nicht anders. Na gut. Ja, wir gehen so oder so wieder zurück auf YouTube. Also, ne, YouTube ist einfach für mich besser als Livestream. Weil ich halt auf YouTube schon mehr Leute, mehr Reichweite habe als auf Twitch. Auf Twitch gehe ich halt komplett unter. Da werde ich nur von Leuten gefunden, die da sind. So, ich verabschiede mich jetzt erstmal aus der Aufnahme. Dann können wir gleich noch ein bisschen quatschen. So, ich gehe jetzt erstmal auf der Aufnahme. Also, auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.